Wenn man den Dudenkorrektor mit Patchwork mitlizenziert hat oder nachträglich, dann bekommt man damit die derzeit beste verfügbare Rechtschreib- und Grammatikprüfung für die deutsche Sprache an die Hand. Wir haben zwei Gruppen, die geprüft werden, und zwar Rotunterwältes sind Rechtschreib-Themen, Blauunterwältes sind Grammatikprobleme. Geht man mit der Maus auf so ein Wort, wird in einem kleinen Hintfenster angezeigt, wo das Problem angeblich liegt. In diesem Fall ist die Schreibweise unbekannt, das heißt, das Wort Aquatic ist im Duden-Wortschatz nicht vorhanden. Wir haben nun zwei Möglichkeiten, genau genommen drei, zwei Möglichkeiten, und zwar wir können dieses Wort in das Projektwörterbuch oder in das allgemeine Wörterbuch übernehmen. Rechte Maustaste, dem persönlichen Wörterbuch, das ist projektübergreifend, gilt also für alle Projekte, und dem Projektwörterbuch hinzufügen bedeutet, dieses Wort ist nur in diesem Projekt ausgenommen. Das heißt, wenn Aquatic jetzt wieder irgendwo auftaucht, wird es als korrekt erkannt und nicht mehr markiert. Bei Grammatikfehlern sieht die Sache etwas komplizierter aus, weil die nämlich immer kontextabhängig sind. Im konkreten Fall ist hellhöriger kleingeschrieben natürlich korrekt. Um diese Anmerkung auszuschalten, weil es macht einfach kein gutes Bild, Wenn in einer Szene so unterkringelte Wörter drinnen sind, stellt man sich auf das Wort drauf und klickt entweder auf diese Schaltfläche bei Einfügen oder Steuerung I. Was passiert? Es kommt auch gleich die Anmerkung, die in dem kleinen Hintfensterchen ist, die einem sagt, was laut Duden nicht in Ordnung sein soll. In unserem Fall ist es aber in Ordnung, wir sagen okay. Damit verschwindet die Unterwellung und es wird ein kleiner grüner Haken an den Anfang des Wortes oder der Wortfolge gesetzt. Bei dem Aquatic Park wäre die dritte Variante ebenfalls Steuerung I, um Aquatic dieses eine Mal gelten zu lassen. Also Steuerung I gilt sowohl bei Rechtschreibthemen als auch bei Grammatikthemen. Sehen wir uns ganz kurz noch den Duden in den Einstellungen an. Im Tab Prüfen. Und wir haben hier nochmals ein paar Untertabs. Wichtig ist, dass überhaupt das Dudenmodul aktiv ist. Sonst wird natürlich keine Prüfung erfolgen. Dann können wir hier noch einstellen, welche Silbentrennung wir wollen. Zur Wartung Duden-Cache entleeren braucht man praktisch nie. Hier eventuell, wenn man eigenartige Silbentrennungen im Gesamtdokument entdeckt, sollte man überlegen, auf laut Wörterbuch umzustellen. Der ausführlichste Tab ist der Prüfen-Tab. Wir können hier unter ein paar Varianten auswählen. Unter Anmerken kann man vier große Wortgruppen deaktivieren. Und dann gibt es noch eine ganze Liste an untergeordneten Grammatik- und Rechtschreibgruppen, die man hier ebenfalls einzeln deaktivieren kann. Hat man zwischendurch Text, wo es sehr, sehr viele Anmerkungen gibt, zum Beispiel fremdsprachigen Text, kann man den Duden auch interimsmäßig ausschalten. Wenn wir hier diese zwei wiederbeleben, indem man auf den Haken klickt, dann erfolgt trotzdem keine Prüfung. Erst wenn wir hier den Duden wieder aktivieren, werden diese zwei Worte angemahnt. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass sämtliche Figuren-Namen automatisch von der Rechtschreibprüfung ausgenommen werden. Also alle Namen, die bei einer Figur hier auftauchen, hier auftauchen, hier kommasepariert auftauchen, werden in der Rechtschreibprüfung automatisch nicht geprüft und nicht angemerkt. auf der Rechtschreibprüfung und an der Bericht ... Untertitelung des ZDF, 2020